Musik Hast du schon so gebetet in deinem Leben, dass du sagst, Herr, ich möchte emporsteigen in das hinein, was du für mich hast. Ich möchte in die Bestimmung kommen, die du für mich vorbereitet hast. Ich möchte aufsteigen in das Eigentliche. Mach mich stark. Bring mich vorwärts. In der Bibel lesen wir davon, dass er uns wie ein Adler aufsteigen lassen will. Und viele Menschen beten das, sie sagen, Herr, ich möchte genau so leben. Da heißt es, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Und das wollen wir. Wir wollen vorwärts gehen, vorwärts kommen. Aufsteigen und das, was der Herr für uns hat, ergreifen und in diesem Leben. Und weißt du, viele Menschen, die so gebetet haben, stellen als nächstes fest, dass ihnen Gegenwind begegnet. Richtig Gegenwind. Und oft verstehen sie die Zusammenhänge nicht und sagen, was ist das jetzt? Ich bitte, dass der Herr mich hilft und stark macht und heraushilft aus dem, wo ich jetzt drinstecke. Und stattdessen kriege ich Probleme, vielleicht sogar mehr Probleme. Gegenwind, was immer das ist, kann sonst was sein. Beziehungsprobleme, Stress am Arbeitsplatz, vielleicht Mobbing, vielleicht ein Verlust von einem Arbeitsplatz. Irgendwas. Gegenwind. Und da gibt es die unterschiedlichsten Dinge, die einfach uns in unserem Leben wie Gegenwind begegnen. Es bläst uns entgegen. Und die Frage ist jetzt, wie gehst du genau damit um? Weißt du, der Gegenwind ist unter Umständen genau die Gebetserhöhung von dem, was du gebetet hast. Dass du nämlich aufsteigen willst. Ein Flugzeug kann ohne Gegenwind nicht emporsteigen. Ist unmöglich. Es braucht die entgegenkommende Luft. Und wenn der Herr dich aufsteigen lassen will, dann schickt er dir vielleicht Gegenwind. Und du kannst diesen Gegenwind nutzen und sagen, egal wie diese Umstände aussehen, was mir jetzt hier begegnet, ich nehme es nicht als etwas, was mich zurücktreiben kann oder etwas, was mich blockieren kann oder etwas, was mich irgendwie stoppen kann, sondern im Gegenteil, ich nehme es, sagen wir mal, sportlich mit dem Herrn und diese Umstände, die mir begegnen, werden mich empor tragen in das hinein, was der Herr für mich hat. Das finden wir in der Bibel immer wieder. Immer wieder. Menschen begegnen Gegenwind und die bleiben am Herrn dran, sie gehen weiter und genau das bringt sie empor in die eigentliche Position, die der Herr für sie vorbereitet hat. Und vielleicht ist das genau das, was Gott für dich hat. Vielleicht möchte er, dass du schnell, hoch, weit fliegst. Und deshalb schickt er dir starken Gegenwind. Nehmen wir beispielsweise mal an, eine Person verliert ihren Arbeitsplatz. Das kann etwas sein, was einen Menschen vollkommen verbittert. Vielleicht schmeißt er den Glauben hin, sagt, der Herr hat nicht für mich gesorgt. Oder aber es ist etwas, wo ein Mensch sagt, jetzt erst recht für das Reich Gottes. Und er geht vielleicht auf eine Bibelschule und bereitet sich auf einen vollzeitigen Dienst oder sowas vor. Zwei unterschiedliche Situationen, wie wir im Grunde genommen mit Gegenwind umgehen. Und das meine ich. Nimm das, was dir widerfährt und sag einfach, egal was mir hier passiert, ich werde das Reich Gottes bauen. Ich werde mit dem Herrn weitergehen. Ich werde hineinkommen in das eigentliche, was er für mich hat. Ich werde nicht zulassen, dass mich das blockiert, sondern ich gehe weiter. Nimm die Umstände in deinem Leben als etwas, was dich hochbringt, was dich emporbringt. Nimm sie mit dem Herrn. Lass nicht zu, dass dich das runterdrückt, sondern schau auf den Herrn und sag, Herr, diese Umstände hast du mir geschickt, damit ich emporkomme, indem ich weiterkomme, indem ich vorwärtsgehe in das, was du für mich eigentlich hast. Und das ist nicht etwas, was mich blockiert und runterdrückt und fertig macht. Weißt du, wenn du ein Kind Gottes bist und dein Leben mit dem Herrn leben willst und wenn du den Herrn liebst, dann gilt Folgendes für dich. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Egal, was dir passiert ist, es dient dir zum Besten. Wenn du gesagt hast, Herr, ich möchte aufsteigen wie ein Adler, dann hat er dir Gegenwind geschickt. Oder das heißt, ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Oder ähnlich in den Psalmen, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? In dem Sinne möchte ich dich ermutigen, dass du den Gegenwind in deinem Leben nicht versuchst zu bekämpfen, sondern dass du sagst, ich werde ihn nutzen, aufzusteigen. Weißt du, ein Adler kämpft auch nicht mit dem Wind, sondern er lässt einfach von dem Wind sich emportragen. Und ich denke, du weißt in deinem Leben, was damit gemeint ist und wie du mit den Umständen am besten mit dem Herrn zusammenarbeiten kannst. In dem Sinne bin ich sicher, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!